Herzlich Willkommen wieder mal hier auf Mothers Clash Channel. Das erste Sneak Peek zum neuen Rathaus Level 11 steht an. Und es wurde heute der Magierturm Level 9 veröffentlicht. Auf dem Bild seht ihr schon wie der Magierturm aussieht. Er hat jetzt anstatt diesen stählernen Türmchen an den Seiten, hat er jetzt steinerne Türmchen, die auch noch oben das ganze Podest umrunden. Und wir schauen uns das gleich mal ingame an, wie der so aussieht. Hier seht ihr ihn eben mit diesen steinernen Verstärkungen für das Podest, wo der Magier draufsteht. Sehr interessant finde ich, dass da immer noch ein Level 6er Magier draufsteht. Denn bei Rathaus 10 war es ja so, wenn man seinen Magierturm auf Level 8 geupgradet hat, hat man auch einen Level 6er Magier oben drauf stehen gehabt. Der steht praktisch immer drauf. Heißt, wenn es jetzt ein neues Level für Magier geben würde, müssten die doch vermutlich auch auf dem Magierturm oben drauf stehen. Aber genau das ist ja nicht der Fall, woraus man vielleicht schließen kann, dass es kein neues Level für die Magier geben wird. Aber schauen wir mal weiter. Es gibt noch mehr zu entdecken. Denn wie im gestrigen Sneak Peek schon vermutet von mir, gibt es ab sofort auch Goldlager Level 12. Riesig sehen die aus. Etwas entgegen meiner Erwartungen. Ich hatte erwartet, dass sich um den unteren Ring vielleicht auch noch ein bisschen Gold hinzugefügt wird. Aber so wie das Ding aussieht, glaube ich, hält das schon ordentlich Verstand. Wir haben hier ein deutlich gefestigtes Podest aus Stein, ein riesiges, riesiges Goldschloss. Und auch die Verstärkungen an den Seiten dürften da wirklich die Angreifer abhalten. Aber nicht nur das, sondern auch ein Elixier Lager Level 12 gibt es ab sofort. Es ist größer, mehr verstärkt an den Seiten, hat einen größeren Ausfluss. Hoffentlich wird deswegen nicht mehr draus geklaut. Und die neuen Lager halten beide insgesamt mit allen gemeinsam 10 Millionen an Loot. Heißt, wir werden vermutlich Upgrades von den neuen Verteidigungen auch bis maximal 10 Millionen kosten sehen. Und ich tippe mal, die maximale Range von der neuen Verteidigung von dem Adler wird wohl auch da dann ungefähr um die 10 Millionen herum liegen. Ein weiteres neues Gebäude, das heute angekündigt wurde, ist das Labor Level 9. Und deshalb auch die ganzen Spekulationen mit dem Magier und so weiter von mir vorhin. Denn man weiß noch nicht, was denn in diesem neuen Labor alles drin gebaut werden kann. Ihr seht, es ist weiß an das Rathaus angelehnt, hat diesen gelben Kanister an der Seite. Und ich finde, es sieht ziemlich, ziemlich cool aus. Die Spirale oben drauf und eben Magier weiß ich nicht, ob da ein neues Level kommt. Ich tippe mal von einigen anderen, vielleicht von den, also Barbaren und Bogenschützen auf jeden Fall. Da ja auch der Magierturm relativ viel Splash Damage macht, wird das vor allem Barbaren und Bogen sehr zugrunde richten. Und deshalb denke ich, dass da auch ein neues Level kommt. Was man ja auch schon mal in einem Leak oder so praktisch in einem Bug gesehen hat, dass vielleicht da ein neues Level für die Barbaren kommt. Und ich tippe mal auch, dass, ich würde mal sagen, so ungefähr die Hälfte der anderen Truppen, ja vielleicht auch ein bisschen weniger, vielleicht nur ein Viertel der alten Truppen ein neues Level gespendet bekommt. Aber dazu werden wir wohl erst in den nächsten Tagen was erfahren. Und die letzte noch große Änderung ist das Design des Rathaus Level 11. Es hat sich wirklich meiner Meinung nach zum Guten gewendet. Es ist oben immer noch in Weiß gehalten, aber da ist mehr Rot dazu gekommen. Ein kleiner Turm ist jetzt links außen mit einem roten Dach und die großen befestigten Türme haben auch einen roten Boden. Und über dem Tor, über dem großen Eingangstor, drohnen drei große Ketten, die wirklich, wirklich massiv aussehen. Und ich glaube auch jeden Angreifer hier abschrecken werden. Als kleines exklusives Sneak Peek wurde heute noch bekannt gegeben, dass es ab sofort ein sogenanntes Audio Feedback geben wird. Wenn man einen Gegner gefunden hat, heißt man ist auf Angreifen, man sucht gerade nach einem Gegner. Und immer wenn jetzt ein Gegner auftaucht, dann gibt es einen kleinen Beep, ein Signal und dann weiß man praktisch, dass man einen Gegner gefunden hat. Sehr, sehr nett. Macht natürlich auch das Leben wieder einfacher. Außerdem wird, wenn der Erneut suchen Knopf auftaucht, auch eben so ein Audio Feedback gespielt. Wer den Erneut suchen Knopf noch nicht gesehen hat, der taucht auf, wenn Clash of Clans zu lange nach einem Gegner sucht, dann muss man auf Erneut suchen klicken. Zu guter Letzt, was noch in ein paar Videos von gestern, glaube ich, zu sehen war, wird vermutlich, es ist noch nicht offiziell bestätigt, die Vorbereitungszeit vor einem Angriff von 30 auf 45 Sekunden erhöht. Aber dazu wird es auch erst in den nächsten Tagen, glaube ich, mehr dazu geben. Das war es schon wieder mit dem heutigen Sneak Peek. Ich finde es richtig, richtig cool und ich glaube, da kommen noch mehr Gebäude, die ein neues Level Upgrade bekommen. Und ich freue mich riesig drauf und ich wünsche euch noch viel, viel Spaß hier auf Masis Clash Channel. Bis zum nächsten Mal.